In diesem Trailer haben wir wieder eine kleine Vorschau für euch zusammengestellt. Leider nur für vier Episoden, denn zwischenzeitlich hat auch Corona uns erwischt und gute drei Wochen außer Gefecht gesetzt. Aber wir haben soweit alles gut überstanden, sodass wir wieder frisch ans Werk gehen können. Wir fahren in den nächsten Episoden von Missouri bis Oklahoma. Unterwegs wieder viele Eindrücke, die es immer noch zu verarbeiten gilt und vor allem wieder tolle Begegnungen mit Menschen, die uns ans Herz gewachsen sind. Wir haben einen speziellen persönlichen Guide in Springfield, Missouri und erleben einen spontanen, wunderschönen Abend Route 66 Pur in Kansas. Zwischendrin machen wir eine kleine, aber besondere Auszeit vom Fahren, ein zweitägiger Aufenthalt auf einer Ranch in Oklahoma. Ein bisschen Nichtstun und viel Entspannung, das hat sowas von gut getan. Das sollte man sich auf einer solch langen Reise wirklich gönnen, um wieder Kraft zu tanken. Denn auch wenn es die Reise unseres Lebens ist, es ist wunderschön, aber zwischendrin auch schon mal etwas anstrengend. Bleibt mit dabei, wenn es weiter heißt Route 66, the trip of a lifetime. Jeder Zuschauer ist willkommen, erst recht jeder Abonnent und jeder Daumen hoch. Wir freuen uns, euch die Schönheit dieses wundervollen Landes zu zeigen und euch in unserer Reise teilhaben zu lassen. Nächste Woche geht es wirklich weiter. See you next week! Bis zum nächsten Mal!